Hi, Tanzfitis! Wieso trittst du auf der Stille? Ja, das freu mich auch. Manchmal trittst du auf der Stille und du kannst dich weiter, ja. Vor allem dann, wenn du einen großen Traum hast und du den in den 20 Jahren machen möchtest und du nicht aus dem Quark kommst. Nehme jetzt mal an, du willst Regisseur werden und du willst das seit 20 Jahren machen. Ja, aber das kommt nicht zustande, weil du nicht aus dem Quark kommst, ja. Und du hast weiterhin kein Studium, also willst du Regisseur studieren. Und dafür, für ein Studium brauchst du ein Abitur. Und das heißt, jetzt hast du drei Möglichkeiten, dann Traum zur Erfüllung der Regisseur zu werden. Erstens, du machst Abitur nach, danach Studium. Dann vergehen wir ungefähr zehn Jahre, ungefähr, denke ich mal, oder sechs bis zehn Jahre. Ich kenne jetzt die, wie lange es ein Regisseur dauert, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall dauert es, nehmen Sie bitte einen Zeiteneinspruch. Das ist die erste Möglichkeit. Also Abitur plus Studium, Regisseurstudium. In der Straße hier, wie ihr seht, ja. Zeitmöglichkeit, du machst ein Praktikum bei einem, beim Fernseher oder im Filmstudio. Und da machst du halt Regisseurassistenz oder guckst dir das mal an. Und dann kannst du entscheiden, ob du nach dem Praktikum, ob das tatsächlich dein Beruf ist oder nicht. Bei Praktikum bietet die beste Möglichkeit, in den Berufsreise reinzuschnuppern. Und dann zu merken, ob du dir das liebst oder nicht. Und die dritte Möglichkeit ist, einfach loszulegen. Zum Beispiel die Kamera zu schnappen. Und halt, ja, mit ein paar Freunden, zum Beispiel Film zu drehen. Oder halt das andere halt, du schreibst ein Drehbuch. Es gibt ja auch so Bücher zum Thema Drehbuchschreiben. Kaufst du halt ein Drehbuch, dann lest dich halt da ein. Ungefähr halbes Jahr oder so, oder drei Monate. Dann hast du das Buch mindestens durch, nach drei Monaten, nach sechs Monaten. Dann fängst du halt ein Drehbuch zu schreiben. Und dann fängst du halt dran, danach deinen ersten Film zu drehen. Der kann ja kurzen von zehn Minuten sein. Du drehst ja entweder alleine oder mit Freunden. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt's halt die drei Möglichkeiten. Also kann ja auch jeder Eingang sein. Ich hab jetzt nur Regie genannt. Ich hab jetzt Hör genannt, weil ich kenn ja seit 20 Jahren jemanden, der möchte das gerne machen. Aber da kommt das nicht aus dem Button. Ja, und ich würde mir wünschen, dass du das nur und auch andere, wenn du einen Traum hast, halt einfach machst und nicht einfach nur redest, sondern einfach halt es mitmachst und loslegst. Und dann dich immer halt ständig verschiebst. Ja, aber auch Schiberitis heißt ein anderes Thema. Dazu kommen wir gleich im zweiten Video. Ja, und dann sag ich mal, falls ihr euch gefallen habt, dann hochversicht doch Montag. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal.